Hallo, mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitnesscoach und in diesem Video zeige ich dir, wie du dir kinderleicht meinen MamiVital Online Kurs sicherst, mit dem du den attraktiven, fitten und gesunden Körper bekommst, den du schon immer haben wolltest. Dieses Komplettprogramm erreichst du ohne PC-Vorkenntnisse. Es ist total einfach, schaue selbst. Den MamiVital Kurs erhältst du, indem du oben maike-droste.de eingibst, dann auf meiner Seite das Wort Produkte suchst, klick dann das Wort Produkte an und finde hier den Button Mehr erfahren. Dadurch gelangst du auf die Übersichtsseite vom MamiVital Kurs und kannst dir weiter unten dann überlegen, ob du per Paypal, per Kreditkarte oder per Überweisung bezahlen möchtest. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du überweisen möchtest. Hier öffnet sich ein Fenster für Name, Nachname, E-Mail-Adresse und wenn du möchtest, einer kleinen Nachricht und klicke hier einfach auf Formular senden und du bekommst eine E-Mail von uns, mit der es genauso einfach weitergeht. Möchtest du aber per Paypal oder Kreditkarte bezahlen, klicke hier. Du kannst ganz unten nach dem Durchlesen auf hier einschreiben, anklicken oder du nutzt schon den Button gleich ganz oben. Auch hier gibst du dann bitte deinen Namen mit Nachnamen ein, deine E-Mail-Adresse und dein Passwort, das du dir für dich überlegt hast, bestätige noch, dass du kein Roboter bist und den Datenschutzbestimmungen zustimmst. Gehst du auf Anmelden, wirst du entdecken, dass der Betrag erstmal in Dollar angezeigt wird. Das ändert sich aber, sobald wir bei der Bezahlung sind. Per Kreditkarte gibst du einfach ganz normal deine Daten ein oder klickst Paypal an. Hier brauchst du nur auf Deutschland oder dem dementsprechenden Land gehen und meldest dich jetzt schon an. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Videokurses. Hier hast du eine Übersicht, so sieht dein Kurs dann aus. Mal das erste Video angeklickt. Willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Videokurses. Wenn du mit diesem Video fertig bist, gehst du einfach auf das grüne Feld, fertig und weiter und dir wird das nächste Video angezeigt. Hier zum Beispiel ein aktives Video, wo ich dir genau zeige, worauf es bei der Übung ankommt. Und dann weißt du alles, was du brauchst, um einen attraktiven, fitten und gesunden Körper zu bekommen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.